Hallo liebe Freunde der Wahrheit, Freunde der Freiheit, willkommen bei meinem heutigen Pio aus Berlin. Ich gehe hier so spazieren und da sehe ich dieses Häuschen. Mir war absolut nicht klar, was das hier darstellen sollte, ein Polizeihäuschen. Warum, wieso? Für eine Polizeistation ist es ein bisschen zu klein geraten. Nun, ich habe dann zwei Polizisten, die hier auf und ab marschieren, mal gefragt. Ja, weil die eben hier 24-7 vor Ort sind und auf und ab marschieren bei Wind, Regen, Schnee etc. Ist es einmal hin und wieder in so einem Häuschen das wohl doch angenehmer. Tja, und warum ist dieses hier so? Nun, dann sehen wir doch mal nach, warum hier der ganze Bereich abgesperrt ist. Ist schon interessant. Der ganze Bereich vor diesem Gebäude. Genau, ihr seht warum. Und seit Oktober vergangenen Jahres ist dieser Bereich hier abgesperrt, weil man eben Angst hat, dass etwas passiert. Also hier ist nichts passiert, laut den Herren von der Polizei, sondern das ist eine Vorsichtsmaßnahme, damit nichts passiert, weil man eben gewisse Befürchtungen hat, dass eben sonst was passieren könnte. Ja, soviel heute wieder mal aus Berlin. Bis bald. Tschau. Musik 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 Musik